Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agoraphobia. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und am Ende von der letzten Folge haben wir den Generator gehört und dann können wir wahrscheinlich jetzt im Keller, denn der Generator ist bestimmt im Keller. So, und wir gehen dann mal schlechstens zum Keller. Und ich hoffe, dass wir nicht überrascht werden von irgendeiner Schattenfigur. So ist immer noch alles voll. Da steht bestimmt immer noch überall dasselbe drauf. So, der Keller ist Licht. Können wir Licht anmachen? Nichts passiert. Okay, können wir nicht. Also gehen wir dann mal zum Keller. So, und da kommen wir auch durch. Okay. Okay. Hier ist es ziemlich staubig und ziemlich viel Spinnweben. Einige der Kisten sehen aus, als würden sie jeden Moment bärsch... Bär... was? Moment... Bärsch... Bärsten? Äh, was heißt bärsten? I don't know. Okay. Die werden bärsten. Das hat ein defektes Radio. Da oben ist eine Kiste. Oder eine Truhe. Die leeren Fächer des Regals sind mit einer dicken Schicht staubüberzogen. Okay, zu der... Zu der Truhe da oben sagt sie nichts. Ein Herd. Er ist ganz verstaubt und die Oberfläche sieht aus, als wäre sie angebrannt. Oh fuck, äh... Ich weiß nicht, ob ihr es gerade in der Aufnahme gesehen habt, aber ein... Ja, eine Nachricht von Clean Master kam... Äh, von C-Cleaner kam gerade in Bild. Aber gut. Ein Herd... Ja, er ist ganz verstaubt. Die Oberfläche sieht aus, als wäre sie angebrannt. Okay, aber wir speichern erstmal... So. Gut, da haben wir einen Haufen Fächer. Drei große Fässer. Ein ätzender Gestank geht von ihnen aus. Untersuchen. Sie haben dem Gestank nach zu urteilen einmal Benzin enthalten. Allerdings sind sie nun vollkommen leer. Okay, leere Fässer nützen uns nichts. Leere Fässer sind mit Spinnenweben überzogen. Lecker. Also, es ist bestimmt sehr lecker, so Fässer mit Spinnenweben überzogen. Okay, keine Ahnung, was ich gelabere. Da haben... Hallo, da haben... Was sich auch immer einst in diesem Beutel befand. Es ist zu Staub zerfallen. Okay, dann haben wir irgendeinen Eimer. Ein vollkommen durchgeroster Eimer. Dann mit Kisten. Einige schwere Holzkisten. Sie sind zugenagelt und sehen sehr alt aus. Altes Geschirr teilweise zerbrochen. Der ganze... Schrank ist damit gefüllt. Das war gerade creepy. Das muss ich im Spiel lassen. Verschlossen. Das war eindeutig eine Tür. Die kam von da unten rechts irgendwo. Das Geräusch. Also, wie creepy sie ist. Hier ist keine Musik. Nichts. Einfach nur creepy. Was haben wir? Seiten aus einem Notizbuch. Sie wurden herausgerissen. Und teilweise sogar geschwärzt. Ansehen. Archeolo 1929 B.T. Ähm, I don't know. Aber sicherheitshalber, um sicher zu gehen, schreibe ich einfach mal 1929 auf, als wir es irgendwie brauchen. Ich weiß ja nicht, ob wir es brauchen. Deswegen... Nachdem er auch am Fieber erkrankte, stand alles kurz vor dem Zusammenbruch. Der Namens war schon kurz davor, seine Sachen zu packen. Also, da wo die Striche sind, wurde geschwärzt mit irgendwas durchgestrichen, dass man es nicht lesen kann. So ein Schwarz. Doch alles... Doch all das Blut und die Tränen und wie es... Hmhm... Es hat zu uns... Hmhm... Und sogar Arthur hörte... Hmhm... Ich werde das in meinem Leben nicht vergessen. Okay. Wir... Wir, also Arthur... Hmhm... Und ich haben uns entschieden. Wir werden es in die Heimat mitnehmen, um es weiter untersuchen zu können. Das... Hmhm... Kann uns so viel erzählen. Uns so viel zeigen. Hmhm... Sagt er... Er habe Kontakt zu... Hmhm... Und anderen Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben. Wir können jetzt noch nicht aufgeben. Ich hoffe, du verstehst das in Gedanken an dich. B... Hmhm... Bum... Ja. Bum... Okay. Ja, da... Das Spinnrad ist über... Ist über uns über mit verstaubten Spinnweben überzogen. Der Boden des Eimers ist hier durchgerostet. Ein stinkender braune Masse ist überall im Inneren des Eimers zu sehen. Ich speichere nochmal. Ups, ähm... Ich habe gerade wirklich Angst. Zum ersten Mal im Spiel habe ich ziemlich Angst. Eine Reihe staubiger Gläser in einem... In einigen befinden sich vertrocknete Pflanzen. Da ist Blut. Cool. Eine Notiz. Der Generator ist schon wieder ausgefallen. Das vierte Mal in diesem Monat. So langsam sollten wir jemanden bestellen, der das Ding repariert. Es mag zwar nicht das zuverlässigste Stück Technik sein, dafür ist es aber äußerst sparsam. Ich habe herausgefunden, dass er sogar mit hochprozentigem Alkohol läuft. Wahrscheinlich ist das sogar der Grund für die häufigen Ausfälle. Der läuft also mit Alkohol. Müssen wir jetzt Alkohol herkriegen und den zum Laufen bringen. Der Generator steht still. Von außen kann man nicht erkennen, ob er defekt ist. Hebel betätigen, den Füllstand überprüfen, in das Innere sehen. Erstmal nichts machen, wir speichern sicherheitshalber. Wir wissen ja nichts, was darauf uns wartet. Okay, Hebel betätigen. Nichts passiert. Den Füllstand überprüfen. Der Tank des Generators ist leer. Okay, wir müssen den wahrscheinlich mit Alkohol oder so auffüllen. In das Innere sehen. Es sieht nicht danach aus, als wäre der Generator beschädigt. Okay, wir müssen da wahrscheinlich Alkohol oder so reinfüllen. Wahrscheinlich müssen wir in unser Ding. Ah, wir haben das Herz. Herbstück Mutters. Ostflügel, Schlüssel, Hilfen und Tante. Einmachglas, da müssen wir wahrscheinlich Alkohol oder sowas reinfüllen. Aber die Asche braucht ja nach Alkohol oder so. I don't know. Speichern. Okay. Alter, wieso ist es so ruhig hier? Was ist da? Ein alter von Holz zerfressen, der Kommode. Das Glas ist so schmutzig, dass man kaum hindurchsehen kann. Schnell hier raus. Hoffentlich ist da draußen wieder Musik. Ja gut, hier ist viel Musik. Das gefällt mir sehr. Können wir Lichter machen? Nichts passiert. Können wir hier Licht anmachen? Nichts passiert. Okay, wir können kein Licht mehr anmachen. Okay, cool. Ich gehe mal da durch. Jetzt sind wir hier. Und ich gehe da mal hier durch. Was? Okay, es sind blutige Fußabdrücke. Die sagt nichts dazu. Wo führt es uns hin? Hier hin? Ist das richtig? Ja, da hoch. Was? Äh. Okay. Renn, renn, renn. Äh. Was? Wir stecken fest? Okay. Äh. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Du sch... Okay. Da sind immer noch Fußabdrücke auf dem Boden. Oder irgendwelche blutigen Abdrücke. Puh. Das war schon ziemlich krass. So, dann folgen wir denen mal weiter. Äh, geh da bitte durch. Oh man. Was ist hier zu dumm, um eine Tür aufzumachen? Um durch eine Tür zu gehen? So, hier lang. So, und dann hier ist, glaube ich, das Badezimmer, oder? Da ist Tante Margret. Können wir Licht anmachen? Nichts passiert. Äh, Tante Margret, wie geht's hier? Tante Margret... Tante Margrets lieblose Körper. Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Okay. Das ist ja sehr super. Äh, was ist... Die Hand. Wirklich, jetzt haben wir eine Hand. Cool. Was brauchen wir noch? Ein Auge, glaube ich. Steche doch noch ein Auge aus. Okay, wir haben jetzt die Hand. Okay, ein Lüftung muss in der Luft schacht recht nach verbranntem Staub. Okay, und jetzt, was ist, wenn wir die Fußabdrücke rückwärts folgen? Falls sie über Fußabdrücke sind. Ich weiß nicht, was das für Abdrücke sind. Denn das sehen aus wie... Wenn es Fußabdrücke sind, dann sieht es aus wie vier Füße. I don't know. Ich habe hier eigentlich jetzt gespeichert. Ich muss sehr oft speichern. So, ich folge den Fußabdrücke einfach mal rückwärts. I don't know. Hier ist Asche. Ein Aschenhaufen, der beißende Geruch von Alkohol hängt in der Luft. Ja, kannst du das nicht in ein Eimachglas füllen oder so? Nicht? Okay. Dann nicht. Wir folgen dort einfach mal. Oh Mann, geh da doch durch. Toll, unser Bett ist hier im Flur. Wieso? Dazu sagt sie natürlich nichts. Ich höre... Eine Tür. Hm. Natürlich, leg dich schlafen. Leg dich mitten im Flur schla... Das ist nicht ihr Ernst, oder? Die schläft da jetzt im Flur. Mit ihrem Bett. Und was war das für ein Sound? Für ein komischer Sound. Oh, wo sind wir jetzt? Sind wir in einem Traum? Hi, Teddy. Er schaut uns an. Und jetzt ist er weg. Boah, das sieht aus wie der Keller wieder. Da ist Blut an der Wand. Die verschmierte Zeichnung eines... Ein... Ein... Was? Eines Messers. Okay, ich dachte, Massers steht da. Okay, dann haben wir ein Telefon. Ein Telefon, ne? Telefon, hör auf, ne? Bringt wahrscheinlich nichts. Okay. So, dann haben wir einen Schrank. Ein Möbel verstaubt und beschmiert. Sie sehen aus, als stünden sie hier schon seit Jahren. Okay. So, haben wir irgendwas nützlich? Nur sie haben eine Reihe Möbel verstaubt. Okay, da steht wieder das Gleiche. Eine Reihe Möbel. Okay, steht... Sie sagt überall das Gleiche. Zwei verstaubte Felsen sind beide leer. Eine Reihe... Okay. Äh, w... Was war da oben gerade? Nochmal speichern. Das sah nämlich ziemlich creepy aus. What the... Fiona, du musst mir helfen. Mama, nein danke. Ich will dir aber nicht helfen. Du siehst zu creepy aus. Finde einen Weg. Ähm, Telefon, ich komme. Warte mal, ich bin nicht so schnell. So. Hallo? Wer ist da? Ich verkaufe... Ich kaufe nichts. Hallo? Sie warten auf dich, Fiona. Sie sehnen sich nach deiner Gesellschaft. Was? Okay. Okay, die sehnen sich nach meiner Gesellschaft. Das ist ja toll. So, aber ich glaube, da ist... Wir kommen nicht über den Teppich drüber. Halte dich an etwas fest. An was? Wir hier rüber. Keinen Schritt weiter, mein Kind. Es wird immer roter irgendwie, wenn wir da das versuchen. Nein! Was hast du getan? Okay, das war sehr creepy und wir sind wieder hier in unser Zimmer. What the fuck? What the fuck? Geht hier vor sich! Wir sind wieder in unser Zimmer. Nice! Und wenn wir das jetzt in unser Einmachklaus füllen, ein Asch... Was? Wo sollen wir hin? Äh... Nein! Tschüss! Ich weiß doch gar nicht, wo ich mich verstecken soll. Äh... I don't know. Gab's hier was zum Verstecken? Ja, hier gäbe es... Wirklich? Äh... Es erinnert mich an etwas. Erbstück Mutters aufgehoben. Noch? Wieder eins? Okay. So, der Ofen ist immer noch an. Ich hab keine Ahnung, wieso. So, aber wo geht's jetzt so lang? Ich will mal was versuchen. Ich schau mal, wenn wir da hingehen jetzt wieder. Hier. Genau da möchte ich... Nein, nicht gegen die Wand, sondern da rein, bitte. So, können wir hier jetzt irgendwas... Es sieht auch so richtig, als hätte hier etwas gebrannt. Doch aus der Asche ist nichts zu erkennen, was es war. Okay, nein, da können wir nichts machen. Hm... 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 Jut, okay. Ich geh mal wieder hier lang. Liegt der Henning da eigentlich noch? Ja, er liegt da noch. Ah, und ich glaub, ihr... Ich glaub, der, der uns verfolgt hat, ist irgendwie der... Der Geist von Herr Henning. Und hier sind auch wieder Abdrücke. Weil das sah ja aus wie Herr Henning. Deswegen hab ich mich gewundert, das sieht... Das... Das aussieht wie Herr Henning. Aber das ist, glaub ich, Herr Henning. Und er will nichts Gutes mit uns. Ist das Asche? Ah! Haha! Asche in das Glas füllen. Was bringt das uns? Ähm... Einmachglas. Ein... Einmachglas. Ich habe ein wenig von der Asche in das Einmachglas gefüllt. Okay, wir haben etwas Asche im Einmachglas. Und unser Bett ist hier nicht mehr. Ich möchte mal schon da hin wieder. Denn hier ist... Die Asche sieht etwas anders aus. Ja, okay, nein. Da müssen wir nichts machen. So, wir folgen weiter den Fuß abdrücken. Denn das ist das Beste, was man machen kann. So, ich komme. Ich komme. So, ich habe irgendwie das Gefühl, der fühlt mich wieder... Der führt mich wieder am gleichen Ort hin. Ja, das tut er auch gerade irgendwie. Die Fußabdrücke. Ich gehe da einfach mal wieder hin. Okay. Schon wieder hier hin. Wenn er jetzt wieder die gleiche Szene kommt. Achso, der... Tandemargrit, liebe Lose-Körper-Hang-Gesinn. Okay. Pulsanaufg... Also, ja. Hat uns wieder hier hingeführt. Hat aber nichts gebracht. Dann würde ich sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Von Agoraphobia. Und bis dahin. Dann ciao. Ciao.